Und wir gehen hier runter zur Kante, dann gehst du ja in die Achsenkante auf. Und hier oben, genau, nimmst du den Kopf hinten an meinen Schultern. Dann sag ich zum Dori ok, dass er Bescheid weiß. Und dann sag ich zu dir auch nochmal ok und dann wirst du merken es geht zurück. Und wenn du den nach vorne gehst, geht es dann raus. Wichtig ist, dass du den Kopf nicht nach vorne links oder hinten festst. Genau. Hast du Angst? Ich bin nervös und jetzt in den Ärmel. Ahhhh. Genau. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Wir starten! 1.000 Meter, sie weg! 2.000 Meter jetzt, noch motiviert? So, wir haben 3.000 Meter jetzt, ich bin gleich, damit eine letzte Worte! Okay! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! High five! Super! Danke schön! Tschüss!